Ja Freunde, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe heute den Part veröffentlicht, also jetzt gerade während ich aufnehme, den Part veröffentlicht, wo wir den Aufstieg geschafft haben und ich freue mich irrsinnig über die vielen netten Kommentare, die vielen Glückwünsche von euch. Das wollte ich noch auf dem Wege kurz loswerden. Wir machen jetzt in dem Part einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir werden nach wie vor versuchen, unseren Kader zu verstärken mit dem restlichen Gehaltsbudget, das wir haben. Wir werden versuchen, Mitarbeiter zu finden, was natürlich auch schon langsam sehr dringend ist, weil vor allem auch die U19 jetzt in Kürze den Spielbetrieb aufnimmt. Und ja, ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal improvisieren und weiterschauen, genau da, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir müssen versuchen, dass wir dadurch, dass wir nicht so viel Scoutingbudget haben, mit vielen, vielen Probespielen zu arbeiten. Auch das ist grundsätzlich ja keine schlechte Idee. Okay, ich habe jetzt noch so ein bisschen, kann ich das Kader-Tiefe-Tool auch nicht machen? Interessant, okay. Ich habe jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht. So schlimm ist das eigentlich eh gar nicht von unserer Personalsituation her, weil wir doch viele Spieler haben, wie den Murray da vorne noch drinnen, die wir eigentlich schon auch in der Aufstiegssaison hatten. Das heißt, das ist jetzt zumindest keine komplette Katastrophe, wenn ich das jetzt mal so einstelle, sagen wir mal so. Aber wir müssen jetzt natürlich wirklich schauen, dass wir uns schnell mal verstärken. Jetzt enden ein paar Probetrainings, die schauen wir uns gleich immer wieder an und dann schauen wir immer wieder beim Scouting rein. Und ja, ich hoffe einfach, dass es bald mal gelingt, dass wir da wen verpflichten, der uns weiterhilft, der wirklich auf einem Niveau ist, das uns was bringt. Hier ist dann der Start in die Saisonvorbereitung, also hier geht es dann schon langsam los. Muss ich nur schauen. Trainingsplan wird trotzdem erstellt, obwohl ich ihn nicht vergeben habe. Das ist eh schon mal gut. Wir wollen, der FCA Brough will Tobi McNeil ausleihen. Der ist sehr, sehr schnell, da haben wir eben das Gehalt von 17.000 gehabt. Das Leihangebot ist draußen, sehr, sehr gut flanken kann er. Natürlich ein irrsinnig kleiner Spieler, aber FCA Badini ist eine ganz gute Adresse. Schauen wir mal, ob das was wird. Jetzt schauen wir noch bei den Probetrainingsspielern rein. Torhüter müsste eigentlich einer sein, der so gut ist, dass er uns wirklich weiterhilft. Ich würde den jetzt einfach nochmal einladen. Der hat schon ein paar ganz gute Ansätze. 1 gegen 1 ist ziemlich schlecht. Wo starten wir ihn nochmal ein? Conor Pula. Rechtsaußen sehr guter Antritt, kann nicht wirklich gut flanken. Ist glaube ich zu schwach. Und Mario Carlos. Da wissen wir eigentlich noch zu wenig. Hat zumindest schon einiges an Erfahrung. Aber ich glaube, dass uns der nicht wirklich weiterhelfen wird. Also das werden wir mal lassen. Saisonvorbereitung. Ah, deswegen. Da wird der Trainingsplan vorgegeben. So, die hätten gerne 60.000 für Sinclair Armstrong. Ich hätte ihn eigentlich einfach nur gerne geliehen. 22.000 Gehalt ist natürlich heftig. Auch da muss ich sagen, den muss man sich ein bisschen genauer anschauen. Schauen wir mal, ob wir den zum Profitraining einladen könnten. Da kommen wir den ganzen Namen schon durcheinander. Aber scheinbar klappt es. Damals. Natürlich gut, weil vielleicht kann man dann ein bisschen mehr über ihn sagen. Und dann wirklich ein Angebot abgeben. Also das wird sehr improvisiert, der ganze Einstieg hier. Weil das ist halt so. Das musst du halt da machen, mehr oder weniger. So, wie sieht das mit den Mitarbeitern aus? Wir haben leider noch immer nichts. Also das nervt mich schon ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, werden wir vielleicht jetzt schon langsam wegen Co-Trainer selbst suchen beginnen. Was braucht ein Co-Trainer? Schauen wir mal nach. Diese Dinge. Gut. Der sollte halt eigentlich, was die Trainingsgestaltung angeht, auch ganz gut sein. Nationalität ist irisch, das tun wir mal weg. Der Quelltreputation ist maximal gering. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwen so schon finden könnten. Also sollte auf jeden Fall einer sein, der bei den Trainingsattributen auch ganz gut ist. So einer wäre natürlich sensationell, aber der ist sicherlich auch viel zu teuer dann. Der ist nicht so gut in der Offensive. Ich glaube, ich bin ein ganz passabler Offensivtrainer. Logan Paws. Er war Co-Trainer beim FC Dallas. Das können wir, glaube ich, jetzt schon knicken. Weltreputation ist maximal minimal. Jetzt sind wir mal wirklich da, wo wir leider hingehören. Der ist zumindest vielseitig. Der ist ein extrem guter Defensivtrainer. Der U20 Co-Trainer bei Vittoria. Der wäre natürlich sensationell, aber der ist auch viel zu teuer. Und er möchte auch nicht von dort wegziehen. Das ist schon ein bisschen ein Problem. Gehen wir nochmal auf Nationalität irisch. Nicky Cosgrove. Ist nicht sonderlich gut, aber ich glaube, wir müssen schon langsam echt schauen, dass wir Trainer bekommen. Wir machen es so, dass er zwei von drei Sachen können muss, aber auch dann findet man niemanden so wirklich. Wer ist da interessiert? Cobramblers und Shelburne. Es ist halt schon eine ziemliche Katastrophe. Mentaltrainer, Techniktrainer und Verteidigungstrainer ist okay. Und nicht mal den können wir uns leisten. Also das ist schon eine mittlere Katastrophe. Ich kann da leider nichts, ich kann nur da beim Bonus noch ein bisschen weiter rauf gehen. Aber auch das wird nichts. Gut. Wenn ich gewusst hätte, dass das mit dem Personal so schwierig wird, dann hätte ich wahrscheinlich gleich mal von Beginn weg gesagt, wir versuchen mit unseren bestehenden Mitarbeitern zu verlängern. Aber gut. Ich hoffe, dass wir überhaupt irgendwelche Bewerbungen reinkriegen. Aber es sieht echt nicht gut aus. Also Co-Trainer wird bestimmt am wichtigsten. Aber wenn wir da keine Bewerbungen reinkriegen, wird es kritisch. In 14 Tagen wäre das um 19. Test. Das will ich auf jeden Fall verhindern, dass wir das machen müssen. Das heißt, auch einen U19-Trainer brauchen wir ganz dringend. Und das könnte notgedrungen dann unser Co-Trainer mitmachen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da jetzt bald wen bekommen. Probierst du uns nochmal anders? Gehen wir nochmal auf die Personalsuche. Und dann nehme ich nochmal Irland weg. Dann kommen zumindest einige mehr. Ja, dann ist die Frage, was man eben gerne hätte. Also der hat Führungsqualitäten, der kann gut mit jungen Spielern arbeiten. Den kann man zumindest für das defensive Training brauchen. Aber wir sind da wirklich, der ist trotzdem viel zu teuer. Und er möchte nicht von da wegziehen. Jetzt gehen wir mal kurz auf Allgem. Oder schauen wir einfach von den Namen her. Das wäre ein Co-Trainer aus England. Stephen Barth. Stuart Barth. Aber wenn die alle da nicht hinwollen. Jack Burke. Alter Schwede, das ist ja wirklich eine Katastrophe. Hattet ihr schon mal solche Probleme? Es vereinslos, Anpassungsfähigkeit und Disziplin sind gut. Ist aber eigentlich auch nicht interessant. Der würde kommen wollen. Na gut. Als Co-Trainer für die erste Mannschaft. Hätte er gern 10.000. Ich muss jetzt einfach mal reagieren. Oh mein Gott. 8.25. Was kann er? Angriffstraining halbwegs. Was kann ich? Auch mal kurz schauen. Ja, Angriffstraining kann ich super. Naja. Nichts oder Burner. Aber wir können es uns mal so machen, dass wir vielleicht können wir auch bei Mitarbeitern die Entscheidung verschieben, um eine Woche. Und dann können wir abwarten, wie es mit dem aussieht. Da gibt es dann noch ein bisschen was Besseres. Und dann werden wir auch einmal wieder einen Blick auf, warten wir mal hier die Probetrainings ab. Da enden doch 8 Probetrainings in den 2 Tagen. Und wenn bis hier noch immer nichts da ist, dann werden wir wieder auf die Sphär-Liste schauen. Also die haben den jetzt geliehen. Das ist sich leider nicht ausgegangen, was das Scouten angeht. Sie haben auch, der hat auch unser Angebot abgelehnt. Das hat man auch nicht vergessen. Connor Kane. Linksverteidiger. Sehr schnell. Kann gut flanken. Deckung ist gut. Tackling ist gut. Der gefällt mir. Sehr, sehr gut. Wäre Schlüsselspieler. Würde ich aber auch echt okay finden. Ich muss halt nur schauen, wie wir jetzt finanziell hinkommen. 18.000 19,5. Zwei Jahre. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil dann sind wir mit Donnelly und ihm hier links hinten sehr, sehr gut besetzt. Maligen würde ich dann, glaube ich, entlassen. Weil dann haben wir rechts hinten noch den Hayes. Und im Idealfall natürlich noch, ich tue Hayes und setze einfach mal rein. Da müssen wir dann halt schauen, wie wir das machen. Aber wenn der kommen würde, wäre ich schon ganz zufrieden. Was gibt es sonst noch? Gary O'Connor, zentrales Mittelfeld. Super Passspielwert. Sehr gute Sprunghöhe. Hat auch einiges an Erfahrung. Vor allem mental ist er gut. Der FC Bohemian. Die Bohamiens haben angefragt. Oh. Tatsächlich. Okay, wenn die anfragen, wird der auch nicht so schlecht. Dann schauen wir mal Passspielwert. Wir können halt viel zu wenig einschätzen. Das Problem ist, wenn ich jetzt Zeit verliere. Ich schaue mal, was der verlangen würde. Perspektivspieler. Ohne Vertrag. Probiere ich jetzt einfach mal. Wird er wahrscheinlich lieber bei Bohemian spielen natürlich. Aber gehen das Risiko ein. Andy Long. Schnell ist er. Zum Rest können wir nicht wirklich was sagen. Talent. Hammer links hinten. Also würde ich sagen, werden wir den mal streichen. Ist nicht unbedingt notwendig. Michael McKenna rechts außen. Schnell. Triebel stark. Flanken ist okay. Passen ist okay. Die beiden Werte, naja. Aber wenn man den kostenlos leihen könnte. Rein zu. Wäre ich jetzt gar nicht abgeneigt. Dann haben wir hier einen Innenverzeihliger von den Bohemiens. Super groß. Kann man mal einladen. Und dann haben wir hier wieder einen Flügelspieler. Wahnsinnsantritt. Könnte zumindest wahnsinnig gut sein. Den laden wir auch mal ein. Jetzt muss ich nur kurz schauen. Rechts außen sind wir eigentlich eh nicht zufrieden. Und da haben wir den Buckley und den O'Donnell. Das sind sehr junge Lösungen. O'Donnell ist die Frage, ob wir den verleihen, weil wir ihn wahrscheinlich nicht können. Müssten wir schauen. Maligen hat noch Vertrag. Ach, ich dachte, da ist der Vertrag abgelaufen. Ich habe mich verschaut. So, das Angebot wurde akzeptiert. Und der wird zur Probe trainieren. Bei uns. Auch der hier. Sehr gut. Mein größtes Bedenken sind auch immer die Mitarbeiter. Das macht mir echt Kopf zerbrechen, wenn wir da. Okay, da kommen jetzt endlich Angebote. U19 Assistenztrainer ist wichtig. Aber das ist am wichtigsten. Nämlich mal U19 Trainer. Da müssen wir schauen. Und zwar, was mir wichtig ist, ist natürlich Arbeit mit jungen Spielern. Da hat er eine 10, der eine 16. Okay, Kevin Pierce. Der schaut interessant aus. Daniel Hughes. Nicht ganz so stark. Da würde ich den Kevin Pierce am interessantesten finden, ist die Frage. Aber ich glaube, da würden wir ganz gut hinkommen. Versuchen wir natürlich beim Gehalt noch was zu machen. 10, 5 hätte ich schon ganz gern. Okay, machen wir 11. Ich stoppe mal die Anzeige, weil da haben wir eh noch ein paar Alternativen. Assistenztrainer für die U19 möchte ich jetzt nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben, weil wir ja doch bei dem Let's Play eher ein bisschen kurzfristiger denken. Den finde ich jetzt nicht so miserabel. Und der kostet fast nichts. 3,9. Ups, falsche Richtung. Das wäre jetzt unangenehm gewesen. Wir machen es mit 4,1. Sehr gut. Passt, dann stoppe ich das auch mal. Das wäre schon mal ein großes Fragezeichen, das wir auf jeden Fall lösen könnten. Kann man ein Fragezeichen lösen? Ich glaube nicht. Und die versuchen Roy White zu verpflichten. Das ist eigentlich ein echt geiler Spieler. Problem ist, dass der von der Position her mir körperlich fast ein bisschen zu schwach ist. Aber andererseits, der und Murray abwechselnd passen Technik und diese mentalen Werte sind halt sensationell. Sedan Dork ist dran. Ich versuche dem einen Vertrag zu geben. Gehen wir mal auf Teilzeit. Vertragslänge 2 Jahre. Keine Ahnung, was der haben will. Wir können mal auf... Also der hat keinen bestehenden Vertrag. Ich versuche es. Probieren wir mal mit 2,6. Oh. Okay, dann bin ich wahrscheinlich deutlich zu gut, was den Wechsel an geht. Aber mit 2,6 kann ich so und so leben. Pollen wir mal. Mein Lieber, das Angebot ist gut. Weil der hat vor allem die mentalen Werte sind sensationell. Und das ist auf der 10 schon ganz wichtig. Dann hat er eben eine super Technik. Toller Passgeber. Also der könnte mit Murray auf der 10 schon ganz gut funktionieren. Übrigens haben einige noch gefragt wegen Mutterverein. Und einige auch gefragt wegen, wie es aussieht mit dem Profistatus. Also da bin ich eh schon mal drauf eingegangen. Ich sage es nur jetzt nochmal. Profistatus wurde abgelehnt. Was ich verstehen kann. Weil das natürlich eine Geschichte ist. Das kostet Geld. Und das haben wir im Moment absolut nicht. Und die andere Sache wegen Mutterverein hat halt leider auch nicht geklappt. Also der Vorstand ist da nicht sonderlich kooperativ. Finde ich jetzt aber auch selbst gar nicht so wichtig. Weil wir es doch irgendwie schaffen immer wieder teilweise sogar gratis Laien hinzukriegen. Also damit kann ich ehrlich gesagt ganz gut leben. Speicher dauert natürlich relativ lange bei dem Safe. Aber da kannst du jetzt nichts machen. Ich hoffe, dass bei den Probetrainingsspielern jetzt jemand dabei ist. Die schauen wir uns gleich an hier. Brandon Holt, Nick Rooney und Steven Fitzgerald. Und einen Tag später laufen glaube ich noch 5 Probetrainings aus. Das heißt, vielleicht können wir da jetzt mal zu einer Entscheidung kommen. So, Co-Trainer wechselt zu uns. Ich würde sagen, wir verschieben hier jetzt mal. Und dann schauen wir, was wir hier haben. Das ist einer, der hat für Limerick nicht gespielt. Paarspielwert 1 bis 5. Da braucht man gar nicht mal schauen. Im besten Fall ist er schlecht. Brandon Holt auf der 10. Den finde ich körperlich sehr gut. Was wollte ich sagen, körperlich sehr interessant. Das kann man echt falsch verstehen. Einsatzfreude ist gut. Passspiel und Tackling wahrscheinlich auch. Den würde ich ehrlich gesagt noch ein bisschen länger einladen. Der könnte schon ganz interessant sein fürs Zentrum. Und den Fitzgerald, den haben wir als Innenverteidiger. Aber wir sind innen relativ gut besetzt. Also das würde ich jetzt mal weglassen. Ich musste immer an Raymond Holt denken. Brooklyn Nine-Nine. Eine sensationelle Serie. So. Dann nochmal einen Wilson-Linksverteidiger. Ist das der, wo ich... Nein, da habe ich noch kein Angebot gemacht. Der wäre aber genauso interessant, muss ich echt sagen. Ich nehme den noch eine Woche auf, damit wir ihn einfach nicht vergessen. Shane Griffin. Körperlich nicht ganz so gut. Irrsinnig viel Erfahrung. Und technisch sehr, sehr gut. Finde ich auch nicht uninteressant. Ich nehme ihn mal für das nächste Monat auf die Auswahlliste. Hätte ich mit dem anderen auch machen können. Aber egal. Adrian Dillab. Guter Dribbler. Mentalgut. Nicht der schnellste. Das finde ich halt schon... Bei Buckley hat man es gemerkt. Eigentlich sehr, sehr wichtig. Da kann er einiges wieder weit machen, was er technisch nicht kann. Ich werde ihn mal auf die Auswahlliste. Zumindest für einen Monat. Torhüter, der bisher noch nirgends gespielt hat. Aber gar nicht so schlecht ist. Ich nehme den noch länger auf. Weil da braucht man ja auch noch wen. Oder hätte ich gern noch wen. Der ist eigentlich sehr erfahren. Für 19 Jahre schon 100 Spiele bestritten. Den würde ich mir auch gern noch länger anschauen. Und den werde ich auch mal scouten lassen jetzt. So, Chefscout. Und zwar will Longford Towns Chefscout das anscheinend haben. Diesen Job. Ich gehe jetzt trotzdem mal auf die, die nicht angestellt sind. Anpassungsfähigkeit. Und wichtig wären eigentlich auch die Führungsqualitäten. Da hat der 1 nicht unbedingt der beste Chef. Führungsqualitäten 2. Das ist schon doppelt so gut. Aber die Führungsqualitäten sind eine Katastrophe. Der ist super anpassungsfähig, weil er einfach nichts kann. Da brauchst du dich nicht anpassen. Das ist echt praktisch, wenn man nichts kann. Wir können die noch kurz anschauen. Ich finde den trotzdem noch am interessantesten. Aber das ist schon... Ja, oder wir gehen die Anzeige fortführen. Machen wir so. Macht vielleicht mehr Sinn. Ich hoffe, die Anzeige ist nicht zu teuer. So, Kane bestätigt Wechsel zu den Finn Harps. Ich freue mich irrsinnig, dass ich einen Kane in der Mannschaft habe. Also wenn ich jetzt noch Undertaker auf der anderen Seite habe, bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Schnell ist er. Deckung ist okay. Tackling ist okay. Kann super flanken. Kann super dribbeln. Das heißt, er ist auch ein endlich offensiv starker Außenverteidiger. Da bin ich sehr zufrieden. Und Michael McKenna, der würde für Rechtsaußen kostenlos kommen. Da machen wir nichts falsch. So, die haben Gary O'Connor verpflichtet. Okay. Der wäre vielleicht nicht so uninteressant gewesen, aber was willst du machen? Da haben wir jetzt wieder zwei Lücken geschlossen. Sehr unzufrieden im Leihgeschäft. Unsere Fans. Alle fünf sind unzufrieden. Der Kader quillt über von Spielern, die links hinten spielen können. Da habe ich gerade eine Meldung bekommen. In Bayern wollen die sogar leihen. Oder haben wir Kane. Das ist schon mal nicht so schlecht. Die Frage ist Außenverteidiger-Support wahrscheinlich. So wie Hayes auf der anderen Seite. Das passt schon ganz gut. Dann haben wir den McKenna. Den nehmen wir mal als Flügelspieler mit. Wir haben Mulligan. Den würde ich eigentlich echt gerne noch verleihen. Der ist definitiv zu schwach für die Erste. Ich würde den versuchen in die U19 zu schicken. Weil Reserve haben wir gesagt, lösen wir auf. Oder haben wir gesagt, wir lösen U19 auf. Nein, wir lösen Reserve auf. Weil die U19 hat ein, ähm, hat, was wollte ich sagen? Die U19 hat ein Liga-System natürlich. Solche Geschichten wäre halt der Bericht des Co-Trainer schon langsam echt wichtig. Also der verlässt uns jetzt. Und ich finde den eigentlich echt interessant. Der ist ein richtig guter Innenverteidiger. Er ist nicht der Größte, aber das macht er mit seiner Sprungkraft wieder wett. Ich lade den nochmal drei Wochen ein. Wer weiß. So, was ich jetzt auch noch kurz schauen werde, ist wegen dem Terminplan. Der Zeitplan steht ja eigentlich schon. Wir haben noch circa einen Monat Zeit. Dann geht es gegen St. Patrick's Athletic los. Also ich würde sagen, wir werden versuchen, mehrere Testspiele jetzt zu machen. Zumindest eins pro Woche sollte drin sein. Das ist dann eigentlich eh schon in Kürze soweit. Mit höherer Reputation. Kann schon versuchen. Oder aus dem Ausland. Ähnliche, aber die kommen natürlich da alle nicht. Wir könnten mal gegen die U19 spielen im ersten Spiel. Dann, ja hier könnte man ein bisschen was einnehmen. Eigentlich macht es mehr Sinn. Wir spielen gegen Clubs, wo hier was möglich ist. Also wo ein paar Einnahmen reinkommen. Weil, auch wenn es jetzt nicht viel ist, aber wenn man so schaut. Okay, das zahlt sich nicht aus. Clifton Wheel zum Beispiel kommt 1400 rein. Also insgesamt haben wir da schon 2000 plus. Das ist jetzt nicht so wenig. Damit kannst du schon einen Jugendspieler ein Jahr lang zahlen. So ungefähr. Schauen wir nochmal gegen die. Das zahlt sich nämlich ziemlich aus. Also reiten wir 2,5, die wir alleine durch Testspiele reinnehmen. Werden wir mal sehen. Klingt schon ein bisschen was, hätte ich gesagt. So. Der hat das Angebot jetzt zum neuen Probetraining abgelehnt. Der wäre halt wirklich sensationell. Ich muss nochmal kurz schauen, was der verlangen würde. Aha. Weckt sich nicht mit seinen Ambitionen. Warum warst du dann hier? Junge. Interessant. So, ein neuer U19-Trainer. Endlich. Das ist mal wichtig. So, Co-Trainer. Gibt es irgendwer, den man kennt? Natürlich nicht. Der sieht mal durchschnittlich, also durch die Bank gut aus. Gut. Sag mal so, er hat jetzt keine gravierenden Schwächen. Stimmt eigentlich auch nicht. Den finde ich schon interessanter. Simon Kelly. Der ist mental relativ gut. Technisch hilft er mir jetzt nicht so viel weiter. Taktik, Technik 8. Arbeit mit jungen Spielern ist nicht so schlecht. Jonathan Smith. Der wäre wohl der Beste. Zumindest was die Einschätzung angeht. Aber beim Training hilft mir der ja nicht weiter, wenn der Angriff 10 hat. Keller McKenzie. Paul McLean. Haben wir den schon gesehen? Lloyd Sheridan. Ich weiß nicht, da finde ich den. Was ist am interessantesten? Simon Kelly. Der ist jetzt, glaube ich, um einiges teurer als der, wo wir uns schon geeinigt haben. Aber der finde ich viel interessanter. So, Assistenztrainer Ryan Wilson. Nehmen wir mal auf. Jetzt geht das Training ja schon los. Jetzt müssen wir schauen, was wir schon langsam machen. Natürlich mit unseren Trainern aufrüsten. Damit da dann alles hinhaut. Und die Trainingsqualität dann nicht zu schlecht ist. Gutes Echo, was Assistenztrainer angeht. Also da haben wir noch eine Stelle ausgeschrieben. Sam Rice, der sagt mir irgendwie was. Boah, der ist ein guter Assistenztrainer. Der ist durch die Bank eigentlich gut. Den müssen wir uns merken. Anthony Kennedy. Nicht gut. Nicht gut. Aber ich glaube, wenn man hier so drüber schaut, sieht man, dass der eigentlich echt schon der interessanteste ist. Der war U18-Trainer. Kaum schon. Gut so. Anzeige Stopp. Also jetzt geht endlich bei den Mitarbeitern was weiter. Ich bin richtig zufrieden jetzt. Wir müssen nur bei den Aufgaben kurz noch reinschauen. Weil die U19 spielt bald. Ob da jetzt eh schon alles auf den eingestellt wurde. Der macht einfach die Reservemannschaft mit. Das gefällt mir. So. Setzt Gegneranweisungen fest für die Reserve. Wieso? Ich möchte nicht. Bestätigen. Spiel. So. Trainer vereinbart Testspiele. Trainer vereinbart fix keine Testspiele. Und U19 natürlich delegieren. Also da müsst ihr wirklich reinschauen. Sonst wird das hier irgendwie übersehen. Wie sieht es mit dem Training aus? Ja, auch hier. Macht der U19-Trainer auch die Reserve mit. Finde ich jetzt eigentlich echt eine ganz gute Lösung. Da warten wir noch ab. Da brauche ich dann nämlich den Co-Trainer. Transfers geben wir natürlich nichts ab. Ganz klar. Scouting. Passt eigentlich auch. Kümmern sich um die Mannschaftsausstellung für U19. Das passt eigentlich alles. Das mache alles ich. Das mache sicherlich ich. Mit Mitarbeiter für die zweite Mannschaft. Und für die U19 gebe ich nicht ab. Jo. Mussten wir uns noch gar nicht beim Kader quasi vorstellen. Also normalerweise hat man ja, wenn man in die Saisonvorbereitung startet, so ein erstes Teammeeting. Normalerweise bekommt man da eine E-Mail. Vielleicht liegt es daran, dass ich keinen Co-Trainer habe. So, Scout. Das ist halt echt die Frage, ob wir Geld für einen Scout ausgeben sollen. Weil eigentlich haben wir einen. Und wir haben eh kein Scouting-Budget. Ich glaube, ich lasse das. Machen wir mal kurz rein, wen wir haben im Bereich Scouting. Den hier. Ich sage ganz ehrlich, ich lasse das jetzt, weil das Scouting-Budget ist so minimal, dass wir so und so damit arbeiten werden, dass wir hauptsächlich, yes, Co-Trainer. Dass wir hauptsächlich Spieler einladen. Suche nach einem Co-Trainer beendet. Und damit ist Simon Kelly bei uns. Jetzt gehen wir die Aufgaben nochmal durch. Scouting, das passt eigentlich eh. Training ist ganz wichtig. Macht unser Co-Trainer. Taktik ist ganz wichtig. Berät bei der Mannschaftsaufstellung, das kann er machen. Gegenanweisungen natürlich wichtig. Macht er auch bei der U19. Und spiele selbst die Mannschaftsansprachen. Anweisungen vom Spielfeldrand mache ich auch. Ja genau, das soll der Co-Trainer machen. Notgedrungen. Passt. Ah, und da muss ich wahrscheinlich noch kurz reinschauen, ob wir hier, genau, wir haben hier noch Testspiele für die zweite Mannschaft. Die will ich ja natürlich auf keinen Fall machen. Die sagen wir jetzt alle ab. Weil es unnötig ist. So, abgesagt. Bei White's Probetraining endet. Vielleicht kann es übersehen, aber da haben wir jetzt eh schon das Angebot abgegeben. Gut. So, Rice bestätigt Wechsel. Sam Rice, damit haben wir einen super Assistenztrainer. Sehr schön. Die haben Roy White verpflichtet. Ach Mist. 7700. Dabei waren wir mit unserem Angebot sofort zufrieden. Gerade drum. Luke Byron. Eigentlich ein ganz guter. Mental gut, körperlich gut, technisch gut. Ah, nein, ich lade ihn nicht ein. Man weiß eigentlich, glaube ich, genug. Ich setze ihn mal auf die Auswahlliste. Matthew Magill. Laie. Da weiß man, zu wenig ist von Lynn Field. Versuchen wir ihn mal einzuladen zum Probetraining. Wenn er auf der Laie-Liste ist, könnte das durchaus klappen. JJ McKiernan. Interessanter Stürmer. Nicht so schlecht. So, da meine Torhüter. Dundalk. Vier Einsätze. Acht Gegentore. Das klingt jetzt eigentlich nicht so überragend. Reflexe 1 bis 5. Wenn der versucht, eine Fliege zu fangen. Johnstone links hinten. Einer von St. Johnstone. Unglaublich schnell und beweglich. Was natürlich super ist für einen Außenverteidiger. Der Rest ist aber, naja, beziehungsweise, sind wir da eigentlich eh jetzt ganz gut besetzt. Cornelius. Hm. Den finde ich halt körperlich zu schwach. Wenn der technisch richtig gut ist. Der Bross. Den finde ich eigentlich ganz okay. Der wäre auf Laie-Basis möglich. Problem wird hier wahrscheinlich sein, dass er für das Gehalt zahlen müsste. Außerdem läuft sein Vertrag bald aus. Gefällt mir auch nicht ganz so gut. So. Hört jetzt aus. Wenn wir jetzt bald das erste Testspiel. Die Mannschaft steht eigentlich noch nicht. Sam Rice haben wir jetzt dafür mal. Maggill hat das Angebot abgelehnt. Alle. So, jetzt muss ich noch ganz kurz was schauen. Und zwar die Trainingseinteilung. Ähm, die soll mal der Co-Trainer machen. Vielleicht haben wir hier mal eine neue Aufteilung. Ich sollte nur nochmal sicherheitshalber schauen, ob ich das Angriffstraining mache. Ein paar Ergänzungsspiele. Training, Assistenztrainer. Die Zuteilung. Also ich mache eigentlich ziemlich viel. Vielleicht mache ich sogar zu viel. Unsere Assistenztrainer haben eigentlich fast nichts zu tun. Na gut, der kann auch fast nichts. Torwarttrainer haben wir eigentlich auch keinen. Brauchen wir einen Torwarttrainer? So schlecht wie die alle sind, hätte ich jetzt mal spontan gesagt. Ja. Denn dann haben die auch Ressourcen frei für andere Trainingseinheiten. Das heißt, wir suchen hier jetzt nochmal einen Torwarttrainer. Einen können wir noch aufnehmen. Ja. Dann werden wir noch kurz wegen der Aufstellung schauen, wie wir das jetzt machen. Der hat auch sein Probetraining abgebrochen. Oder uns jetzt verlassen. Ich finde ihn als Flügelspieler gar nicht so uninteressant, weil er irrsinnig schnell ist und gut flanken kann. Wäre der kostenlos? Nein. Damit hat sich schon erledigt. Hatte mich schon. Habe ich mich schon überzeugt. Boah Clifford ist jetzt noch im Zentrum aufgestellt im Moment bei uns. Das ist natürlich nicht optimal. Wie schaut es mit den Probespielern aus? Wir haben hier noch ein paar Torhüter, die können wir durchschauen. Luca Grazza finde ich ganz okay. Können wir mal abwarten. Dann haben wir den hier. Der gefällt mir nicht besonders. Der ist nicht unbedingt stärker als Aiden Power. Den schicken wir gleich nach Hause. Paul Lynch. Der ist sehr interessant. Das ist der, der eigentlich schon so viel Erfahrung hat. 19 Jahre ist er super, Alter. Ich nehme den mal mit. Also für einen Torwart nicht optimal. Aber er sieht schon interessant aus. Sullivan. Den können wir vergessen. Den können wir gleich nach Hause schicken. Dann haben wir den Wilson. Links hinten. Eigentlich nicht notwendig. Aber er ist unglaublich gut. Ich überlege gerade ernsthaft, ob der nicht für das zentrale Mittelfeld interessant wäre. Was würde denn der kosten? Superstar. Hm. Ja, wir behalten ihn mal. Da haben wir den Brandon Holtz. Der wäre okay für das zentrale Mittelfeld, weil er auch defensiv ganz in Ordnung ist. Und vor allem auch sehr, sehr schnell ist. Sünderkost und Talent vor Durchbruch. Ohne Vertrag. Gehen wir auf Teilzeit. Zwei Jahre. Zwei, sechs ist glaube ich zu viel. Schauen wir mal auf eins, drei. Das ist glaube ich das Minimum, oder? Tausend. Tausend wird ja schon zufrieden. Dann schauen wir mal. Dann nehmen wir den also auch mit. Dann haben wir den Armstrong. Nell. Dribbelstark. Kann gut flanken. Gefällt mir. Der ist aktuell auf der Leihliste. Wäre der kostenlos. Würde 22.000 kosten. Oh. Aber viel besser erwischen wir es glaube ich nicht. Aber es ist scheinbar noch kein anderer Verein dran. Also warten wir mal ab. Dann haben wir noch den Obersoto. Haut mich jetzt nicht um. Kann man glaube ich knicken. Er muss schon besser sein als zum Beispiel O'Donnell. Und das ist er nicht wirklich. Weil dann kann ich gleich auf unser eigenes Talent setzen. Und da haben wir noch den interessanten Stürmer. JJ McKiernan. Den kann man mitnehmen. Wobei ich mit der Stürmerposition ja eigentlich eh zufrieden bin. Aber das sieht schon mal gar nicht so uninteressant aus, finde ich. Also es nimmt schon langsam ein bisschen Form an. Es ist jetzt noch nicht so die Hammerverstärkung dabei, wie es zum Beispiel ein Jennings im ersten Jahr war. Das stört mich noch ein bisschen. Aber ich glaube mit Kane haben wir auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verpflichtung gehabt. Ich will auf jeden Fall noch einen richtig geilen Spieler fürs zentrale Mittelfeld. Das wäre mein Wunsch. Ob das klappt, kann ich noch nicht sagen. Ihr seht, das ist nicht ganz so einfach. Aber wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Zumindest haben wir noch Gehaltsbudget übrig. Geld haben wir eigentlich keins. Und ja. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch was. Bis bald. Neu, dass ich schon mal gehört. Vielen Dank.